Sie möchten die historische Altstadt von Braunau erkunden, den sechsthöchsten Kirchturm Österreichs erklimmen und dabei das wundervolle Panorama über die Region des Entdeckerviertels genießen? Dann ist eine Führung zu den historischen Plätzen von Braunau am Inn genau das Richtige für Sie. Tauchen Sie mit den Stadtführern und Stadtführerinnen ein in das bunte Leben unserer Vorfahren. Es gibt viel zu entdecken. Enge Gässchen, der schöne gotische Stadtplatz, der Malerwinkel sowie der Palmpark und vieles mehr werden Sie mit Ihrem Charme bezaubern.